Die Pläne von Mohamed Ben-Sulaim, die Renndirektoren 2023 erneut zu wechseln, werden bei George Russell, dem Direktor der Grand Prix Drivers Association, nicht gut ankommen. In der vergangenen Saison hatte die FIA nach dem Ausscheiden von Michael Masi im Zuge des kontroversen Finales von Abu Dhabi 2021 ein systemrotierender Rennleiter für die Saison 2022 eingeführt. Nils Wittig und Eduardo Freitas teilten sich die Aufgaben, aber es war nicht ohne Probleme mit den Fahrern, die unzufrieden waren mit dem, was sie als Mangel an Konsistenz sahen. Hallo und herzlich willkommen bei F1 News. Abonnieren Sie unsere Videos, um immer auf dem Laufenden zu sein. Aus 2 wurde 1, als die FIA nach dem großen Preis von Japan und Pierre Gaslys beinahe Zusammenstoß mit einem Abschleppwagen bekannt gab, dass nur einer der beiden Rennleiter, Wittig, die Saison zu Ende fahren würde. Es wird jedoch erwartet, dass Wittig Freitas vor dem diesjährigen Grand Prix von Bahrain folgen wird. FIA-Präsident Ben-Sulaim erklärte gegenüber Marca, dass ein Prozess im Gange sei, um einen neuen Rennleiter zu finden. Besser gesagt, Rennleiter plural. Man kann nicht nur einen Direktor haben, fügte der 61-Jährige hinzu. Ich denke, dass wir eine zweite Option haben müssen. Wir können uns nicht gegenseitig vertrauen, denn was ist, wenn etwas passiert? Wir müssen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, wenn wir unseren Sport stärken wollen. Es ist unwahrscheinlich, dass das bei Russell gut ankommen wird. Laut dem Mirror hat der Mercedes-Pilot deutlich gemacht, dass er und die anderen Fahrer nicht der Meinung sind, dass das Rotationssystem funktioniert hat. Wir glauben, dass die Rotation nicht das Beste für den Sport ist, für die Beständigkeit, sagte er. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Steward von einer früheren Veranstaltung beim nächsten Rennen, um über bestimmte Entscheidungen zu sprechen. Valtteri Bottas stimmte zu. Einer wäre besser als zwei oder drei, sagte der Alfa-Romeo-Pilot. Das ist mein Gefühl. Bei jedem Rennen hat man immer dieselbe Person, mit der man diskutieren kann, wenn sie schon bei allen Rennen dabei war und das ganze Feedback aufgenommen hat und unsere Sichtweise kennt. Rennleiterausbildung versus graues Regelwerk Im Jahr 2021 gab es in der Formel 1 nur eine Stimme, die als Rennleiter sprach, Michael Masi. Wie sich herausstellte, waren seine Stimme und sein Verständnis des Reglements nicht ganz auf der Höhe der Zeit und er musste nach seiner umstrittenen Entscheidung in Abu Dhabi, ein Shootout in der letzten Runde anzuordnen, die Bühne verlassen. Ein Jahr später sprachen zwei Stimmen, Nils Wittig und Edoardo Freitas. Aber sie sprachen zu unterschiedlichen Zeiten, was dazu führte, dass beim großen Preis von Japan Freitas das Sagen hatte und beim großen Preis der USA-Hass protestierte, wo Wittig das Sagen hatte. Das sind nur zwei der Fehlentscheidungen der Rennleitung im Jahr 2022. Es zeigt, dass ein rotierendes System nicht funktioniert. Was die Formel 1 braucht, sind erfahrene Rennleiter, die nicht nur das Regelwerk kennen, sondern auch wissen, wie es umgesetzt werden sollte. Aber Erfahrung gewinnt man nur durch, nun ja, Erfahrung. Ben Sulaim sagt, seine FIA sei damit beschäftigt, die nächsten Renndirektoren der Formel 1 auszubilden. Unser Team bildet sie aus, und ich verspreche ihnen, und sie nehmen mich auf, dass wir sie haben werden, was die Frage aufwirft, ob die beiden Vorgänger nicht in den Regeln der Formel 1 geschult waren? Leider macht kein Training die Erfahrung wett, vor allem nicht bei einem Regelwerk der Formel 1, das zum Teil in Grau geschrieben ist. Sind Sie mit Russell einverstanden? Vielen Dank fürs Zuschauen!